Ich war gerade bei der Lena Gmeiner, früher von Just Spices. Sie hat uns sehr viel erzählt über Performing Creative Designs. Hauptbestandteil des Vortrags war es, dass schöne Creatives oftmals nicht die besten in der Performance sind. Der Einsatz von Call-to-Action ist sehr wichtig, oftmals sind auch Störer eben sehr entscheidend. Ein Störer ist ein kleines Element, ein Bild, das auffällt. Die Lena hat uns auch mitgegeben, dass man sehr viele Creatives testen soll, sei es einmal ein grünes Bild oder ein rotes Bild. Einfach ganz entscheidend ist viel testen, testen, testen und entscheiden, was dann am besten performt und auf Basis von den besten performenden Bildern und Creatives dann neue Varianten erstellt und diese regelmäßig auch austauscht.